I know why he's not here right now and we don't know why, we fear how we feel inside, it may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. In a 0-2-Auswärts-Sieg feiern durften, geht es heute daheim in Frankfurt gegen den Tabellensechsten, SGS Essen. Wir liegen aktuell auf Platz 3 mit 32 Punkten und haben bereits 8 Punkte Rückstand auf die Bayern, wobei die schon am Samstag gespielt haben. Auf Platz 4 steht die TSG Hoffenheim mit 29 Punkten, aber auch die TSG muss heute noch in Freiburg ran. Hoffenheim ist uns also im Kampf um Platz 3 dicht auf den Fersen und deshalb muss heute gegen Essen ein Sieg her. Betrachtet man sich die Historie gegen die SGS Essen sieht es traumhaft für uns aus. 5 Spiele gespielt und 5 Siege für uns. Da sollte heute aber auch gar nichts schief gehen. Das Hinspiel hatten wir in Essen mit 0-4 gewonnen. Mein Tipp für das Spiel heute ist ein 3-0 für uns. Tore durch Geraldine Reuteler, 1-Duch Laura Freigang und das dritte Tor schießt Sheiky Martinez. Wenn du nur die Tore dieses Spiels sehen willst, dann klicke einfach oben rechts auf das i, komm aber wieder zurück ok? Und auf geht's ins Stadion am Brentano Bad. Und direkt auf mein Plätzchen. Dieser ist ganz oben in Reihe 8. Ihr wisst es bereits. Walo Habibi, ein Plätzchen, wie für mich gemacht. Die Übersicht ist drin und man ist trotzdem noch nah genug an den Girls. Ich blende hier mal unsere Startaufstellung ein. Und hier ist die Startelf der SGS Essen. Wir blicken nicht. Ich bin ein Plätzchen und ich bin ein Plätzchen. Wir blicken nicht. Wir blicken nicht. Wir blicken nicht. Wir blicken nicht. Ich bin ein Plätzchen. Ich bin ein Plätzchen. Das ist ein Plätzchen. Okay, let's go. Das macht dich, die Leute im Gegenteil. Weil wir妙ige Fanze bei uns ist. Applaus 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 Das Tor für unsere Eintracht und die Torschützin mit der Nummer 7 Lara Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Spielkarte Rotes Herz. Vielen Dank.